Voraussichtlich vom 6. bis 9. Juni 2024 wird die Europawahl stattfinden. Doch der Wahlkampf läuft bereits. 705 Abgeordnete umfasst das Europaparlament zurzeit. Geht es nach der EU-Spitze, dann sollen es bald 716 Parlamentarier sein. Die Personalkosten des EU-Parlaments sind zwischen 2021 und 2022 ohnehin schon von 181 auf 207 Millionen Euro gestiegen. Der Hauptgrund waren Lohnerhöhungen der Abgeordneten. Pro Kopf stiegen die Kosten um 22 Prozent. Alles viel zu teuer, meint der freiheitliche EU-Parlamentarier Harald Wilimsky. Mit seinen aktuell 705 Abgeordneten ist das Europaparlament schon heute das drittgrößte Parlament der Welt, beschwert er sich auf Twitter. Selbst die USA kommen mit 435 Abgeordneten aus. Nur in der EU glaubt man, über 700 Parlamentarier seien nötig, um die Illusion eines Parlaments aufrechtzuerhalten. Denn es wird gern vergessen, das Europaparlament ist gar kein vollwertiges Parlament. Wilimsky hält das Parlament schon jetzt für überdimensioniert. Man sollte vielmehr über eine spürbare Verkleinerung nachdenken, fordert er. Die Hälfte der Abgeordneten würde zur Erledigung der Aufgaben auch ausreichen. 352 Parlamentarier würden auch den Steuerzahler entlasten. Anstelle von geschätzten 210 Millionen Euro in diesem Jahr würden die jährlichen Kosten auf 105 Millionen Euro schrumpfen. Ein spürbarer Unterschied. In der fünfjährigen Legislaturperiode der EU wäre das eine Einsparung von mehr als einer halben Milliarde Euro.